Als er fertig war, hat er mich aus dem Wagen geschmissen. So brutal geht nur ein Serientäter vor. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aussage morgen. Und der steht vor Gericht. Herr Bartitsch, haben Sie eigentlich auch in andere Richtungen ermittelt? Nein, wozu? Ja, wozu? Doch es wurden Fehler gemacht. Der angeklagte Markus Rapp wird freigesprochen. Was? Die Beweise, die hatten wir doch schon alle. Der Rapp wird weitermachen wie bisher. Es sollte nie wieder frei sein. Der Tatort am Sonntag im Ersten.